Es ist etwas passendes. Wow! Es ist absolut unglaublich! Moin Leute, herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Part vom Minecraft Story Mode. Beim letzten Mal haben wir gefährliche Abenteuer im Neta überstanden und sind jetzt bei einem Tempel. Wer hätte es gedacht? Und das ist der Tempel vom Orden des Steins. Allerdings gibt es ein Problem. Das Amulett sollte uns eigentlich in irgendeiner Weise zu den Mitgliedern führen, hat es aber leider nicht. Zudem ist dieser Tempel schon ein wenig zerstört und wir werden jetzt einfach mal mit unseren Kollegen reden und mal gucken, ob die schon irgendwelche Informationen gefunden haben. Fangen wir doch einfach mal an mit Axel. Oh, Axel macht sich echt scheinbar große Sorgen um Petra. Mag man ihm gar nicht so ansehen, weil er ist ja eher so der Grobian, würde ich mal spontan sagen. Er hat ja auch eine wirklich stattliche Statur. Er erinnert mich immer so ein bisschen an Iron Golem. Obwohl der das eine Mal wirklich wesentlich größer war. Mal gucken, was Lucas zu sagen hat. Oh, bis dato. Okay, die Karte. Die Karte sieht aber eigentlich gar nicht so groß aus. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Wir haben ja auch noch einige Abenteuer vor uns, denn nur noch mal ganz kurz zur Info. Dieses Game ist aufgebaut in mehrere Episoden. Wir spielen momentan Episode 1. Ich glaube, drei bis fünf Episoden kommen noch. Die nächste soll in einem Abstand von fünf bis acht Wochen kommen. Vielleicht Dezember, vielleicht erst im Januar. Aber erstmal reden wir ein bisschen mit Edgar. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, Ruben beziehungsweise Edgar ist ein absolutes Highlight. Ganz ehrlich. Oh, reden wir nochmal ein bisschen mit Olivia. Die kennt sich doch so ein bisschen mit Technik aus. Zeig uns, wie dieses Amulett funktioniert. Wir sind im Tempel des Ordens der Stöhne. Die Ordens sind aktiv. Das ist ein actuales Tempel. Wer hätte es gedacht, huh? Ein paar kleine Towner wie uns, die in einer Erinnerung wie dieses. Ja, das ist ziemlich verrückt. Ich hoffe, wir kommen alle von der anderen Seite in einem Stück. Ansonsten ist nur noch das Podest übrig. Obwohl, warte mal, hier geht es auch noch längs. Warte mal, erstmal gucken wir das Podest, weil da sind ganz viele Schalter. Zack. Amulett verwenden. Oh, oh. Okay, ich denke, wir müssen uns irgendwie noch um die Schalter kümmern. Ich denke auch nicht, dass das der gesamte Tempel ist, weil natürlich ist er jetzt hier schon überall so ein bisschen zerstört. Aber das sieht nicht allzu spektakulär aus. Okay. Es gibt insgesamt fünf Schalter. Ist da ansonsten noch irgendwas auf der rechten Seite? Nee. Müssen wir die alle einfach nur aktivieren? Oh, ich nehme nur mal den mittleren. Okay. Ich würde dich gerne verwenden. Hä? Zack. Jetzt den. Nee. Ah, warte mal. Da hinten gehen die Lichter auch an. Es ist etwas passiert. Ja, es ist, es muss Überwachungssystem. Wir müssen, Petra kann auf sich selbst aufpassen. Es will uns etwas sagen. Es gibt zwei Lichter auf der Welt, aber wenn es nur zwei Heros gibt, dann wissen wir, was wir müssen tun. Petra ist auf uns. Das Witherstorm ist noch da. Wir wissen, dass Gabriel was versuchen, uns etwas zu erzählen. Wir müssen uns finden, die Ordnung der Stone. Aber es gibt nur zwei Lichter. Es gibt nur zwei Mitglieder der Ordnung? Er sagt, Soren ist weg. Das bleibt Magnus. Oder Eligard. Well, let's head out. Ich bin nicht mit euch. Ich muss hier bleiben. Wir? Wenn ich weiß Petra, sie ist wahrscheinlich alles, was sie kann, um zu finden, zu finden. Sie ist noch da. Sie muss da sein. Sie muss da sein. Vielleicht braucht ihr Hilfe da. Du solltest mit uns kommen. Nein. Du brauchst mich nicht. Das ist, wo ich sollte sein. Wenn es noch eine kleine Chance gibt, dass sie alive ist, dann muss ich bleiben. Okay, go, get help. Also ich bin ja mehr für TNT als für irgendwelche Konstruktionen. Explosions sind immer nice. Du bist mein bester Freund, Jesse. Es ist du und ich. Wie immer. Zack. Think about it, Jesse. This is more of a gut call. We need to make sure we get this right. We need to make sure we get this right. Get ready to roll, Axel. We're gonna go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas. And get the place ready for when Petra comes back, okay? Fine. But I'm only doing this for Petra. I'll take it. Sie kann auch wesentlich besser hier alles bauen. Oh. Please hurry. Ist es zu Ende? Tatsächlich. Nächstes Mal bei Minecraft Storyline. Jesse und Axel sind zurück in die Nieder, um zu finden, Magnus, der Röbe, und sie finden sich in einem König von Chaos, voll von gefährlichen Menschen, mit schlechtem Impulse-Kontrolle und ein paar wunderschönen Hobbys. Während der große Sturm aufwärtsst, er verbringt alles in ihrem Wicht, ist Zeit für unsere intrepidigen Helden. Krass. Das war Episode 1. Okay, Lucas gerettet. Das sind nochmal die Entscheidungen. Oh, da waren wir doch eher. Du hast Lukas daran gehend, dazu gehen. Ich hoffe, das können wir gleich nochmal selber gucken. Also das sind diese ganzen Entscheidungen. Ah, perfekt. Leute! Episode 1. Krass. Krass, das war ja echt. Also 5 Parts insgesamt. Es ging sehr, sehr schnell vorbei. Ich muss persönlich aber sagen, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und wenn ich zumindest so auf die Kommentare und eure Meinung gucke, war das ebenfalls ganz schmackhaft für euch. Mega nice. Weil wir gucken uns jetzt nochmal ganz kurz an. Episode 1 der Orden des Steins. Unsere Entscheidung. Okay, 50% der Spieler haben Ruben angewiesen, wegzulaufen. Du und 45,8 der Spieler haben Lukas vor dem Eisengolem gerettet. Oh, da waren wir in der Minderheit hier. Also, ein bisschen klarer als die 45,8%. Du und 38,9% der Spieler halfen Gabriel auf der Flucht vor dem Withers-Sturm. Du und 83,6% der Spieler habt Lukas überzeugt zu bleiben. Fand ich auch die richtige Entscheidung. Und dann nochmal 40% der Spieler sucht zuerst mit Excel nach dem Schurken Magnus. Man kann das Ganze nochmal aktualisieren. Weil das ist wirklich so, die Daten werden erfasst. Die Entscheidungen sind ja auch ein ganz, ganz großes Element dieser Spielereihe. Leute! Krass, das war wirklich nach ganz... Oh, die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Ja gut, schade eigentlich. Da können wir ganz kurz auch weitergehen. Was passiert dann? Sind wir wahrscheinlich wieder im Startbildschirm, beziehungsweise bei den Credits. Ja, Leute! Ich weiß nicht nach wie vielen Monaten, beziehungsweise Jahren, dass endlich mal wieder so eine Art Singleplayer-Projekt war, wo ich ein richtiges Spiel durchzocke. Und ja, es hat wie gesagt viel, viel Spaß gemacht. Die nächsten Episoden, sobald Episode 2 vom Minecraft Story Mode rauskommt, werde ich das auf jeden Fall spielen und dann hochladen. Und das wird, denke ich mal, richtig, richtig cool. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dieses kleine Projekt, welches natürlich in Zukunft weitergeführt wird, dann lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein! Ciao, ciao!